Hallo, in einem vorherigen Video habe ich schon mal gezeigt, wie ich unsere zweite Leistungskontrolle zu den Grundlagen der Elektrotechnik im Sommersemester 2024 von Hand gerechnet habe. Oder was heißt von Hand? Also mit Unterstützung von Octave und ein paar Skizzen und Formelumstellung und Manipulation hier unten. Und habe in roundabout 35 Minuten alle 30 Fragen richtig gerechnet. Was ich jetzt in diesem Video zeigen möchte, ist, wie gut sich ChatGPT schlägt, diese Leistungskontrolle zu rechnen. Und dafür mache ich mal mein Kamerafensterchen ein bisschen kleiner und ich glaube, ich tausche nochmal hier die Fenster und ziehe das hier rüber, wo ich jetzt gleich die Leistungskontrolle nochmal durchklicke. Also ich gebe mal meinen vorherigen Versuch hier mit den 30 richtigen Antworten ab, sage abgeben, dann kann ich nichts mehr ändern. Dann kommt hier nochmal eine Übersicht. Hier sieht man schon mal schnell durchscrollen sozusagen alle Fragen. Und irgendwo, glaube ich, kann ich hier auch eine neue Vorschau beginnen, richtig. So, und dann steht hier wieder, der Test hat ein Zeitlimit von 90 Minuten. Mal gucken, wie lange jetzt ich mit ChatGPT brauche, das zu lösen oder zu versuchen zu lösen oder zu bearbeiten. Klick gleich mal auf Versuch beginnen. Und hier kommt die erste Frage und ich werde jetzt immer nichts anderes machen, als die Frage und das zugehörige Bild nehmen, hier rüber zu kopieren, in einen Prompt auf Beantworten zu klicken und ohne viel groß weiter darüber nachzudenken, das Ergebnis, was mir ChatGPT sagt, zu übernehmen und hier rüber zu pasten und in das Antwortfeld einzufügen. Und ich gebe noch zur Kenntnis, dass ich die Fragen natürlich absichtlich so designt habe in diesem Semester, dass ich denke, vermute und auch vielleicht ein bisschen hoffe, dass ChatGPT nicht sich so wahnsinnig schlau und gut anstellt, diese Fragen zu beantworten. Also sozusagen zur Historie, ich werde auch die ganzen Videos oder ich kann die Videos mal darunter verlinken in der Videobeschreibung. Also vor ziemlich genau einem Jahr, da habe ich auch die Leistungskontrolle im Sommersemester 2023 mit ChatGPT lösen lassen. Da hatte ChatGPT ein Fünftel der Fragen richtig, den Rest falsch. Google Bart, wie es damals noch hieß, hatte keine einzige Frage richtig. Und dann habe ich das im letzten Jahr, also im letzten Semester vor einem halben Jahr ausprobiert mit ChatGPT 4. Das ist die Version, die ich heute auch benutzen werde. Und das hatte dann auf einmal nur noch ein Fünftel der Fragen falsch. Den Rest richtig war von jetzt auf gleich sozusagen besser als 90 Prozent unserer Studierenden. Google Gemini oder Gemini, wie es dann hieß, hatte so ungefähr ein Drittel der Fragen richtig. Nicht ganz so gut. So und ChatGPT scheiterte im Prinzip nur an den Fragen, bei denen es einfach die Schaltung nicht erkannt hat oder das Bild nicht erkannt hat. Also in der freien Version, da kann man ja keine Bilder eingeben. Das geht ja nur in den, in Omni und in GPT 4 eben in der Bezahlversion. Und ja, ich hatte damals auch viele Aufgaben und Fragen, wo kein Bild drin vorkam. Und also zumindest früher. Und die Bilder, die ich dann drin hatte, die hat es auch relativ gut erkannt. Die Bilder, die es nicht erkannt hat, die waren irgendwie alle so ein bisschen unkonventionell gezeichnet. Die passten nicht zum Trainingsmaterial. Da musste man eben wirklich mit ein bisschen technischem Sachverstand drauf schauen und gucken und sich überlegen, was passiert denn da jetzt eigentlich in der Schaltung. Und genauso habe ich das jetzt versucht, in diesem Test hier zu designen. Also wenn man verstanden hat, was da passiert, dann sollte man eigentlich keine Probleme haben, das Bild zu erkennen. Das ist jetzt hier vielleicht nicht so ganz repräsentativ. Und tja, ChatGPT sollte auf jeden Fall da nicht so wahnsinnig hilfreich sein, weil es eben diese Schaltung in der Art nicht in seinem Trainingsmaterial kennen sollte. Das war im letzten Semester vor einem halben Jahr eben so. Da hatte ich eine Schaltung, die hatte so eine Schneeflockensymmetrie. Die hatte eben keine rechten Winkel, so wie das sonst üblich ist, sondern die hatte 60 Grad Winkel. Und das, da hat ChatGPT dann einfach nicht so richtig erkannt, was ist zu wem in Reihe, was ist wo parallel, welcher Widerstand ist an welchem Knoten angeschlossen und so weiter und so fort. Ja, und also die Schwierigkeit jetzt eben aus dozierenden Sicht kurz zusammengefasst, bevor ich jetzt hier gleich anfange mit dem Test, ist ein Test zu designen, den ein Student, eine Studentin im ersten und zweiten Semester in der Lage sein sollte zu lösen mit dem Wissen, was man bis dann hat. Was eben das Wikipedia-Wissen ist, wenn man ehrlich ist, das Wissen, was in x-hundert und tausend Lehrbüchern drin steht, zu den Grundlagen der Elektrotechnik, was eben ChatGPT irgendwie auch gut gelernt hat. Aber also, ja, wo ChatGPT dann eben vielleicht trotzdem nicht wahnsinnig gut und hilfreich ist bei der Lösung, weil die Schaltung nicht zum Trainingsmaterial passt. Und ich glaube, die Schwierigkeit, also diese Analogie, die ich immer ganz gern gebe an der Stelle ist, ich war mal früher Gastwissenschaftler am NIST in Burla in Colorado und war da auch wandern und da gab es eben Bären und es gab dann an den Wanderrastplätzen und so eben so bärensichere Mülleimer. Ja, so dass, wenn man da irgendwie Essensreste reingeworfen hat, dass dann nicht eine halbe Stunde später der Bär vorbeikam, um diese Essensreste zu essen und sich daran zu gewöhnen an die Nähe von Menschen. Und habe dann auch mich mal mit so Wildparkrangeren dort unterhalten und die meinten, es ist eben gar nicht so einfach, ja, sozusagen einen bärensicheren Mülleimer zu entwickeln, wo der schlauste anzunehmende Bär es nicht schafft, diesen Mülleimer zu öffnen, der dümmste anzunehmende Wanderer es aber trotzdem schafft, irgendwie seinen Müll dort unterzubringen. Und ich glaube, genau diese gleiche Schwierigkeit hat man jetzt so ein bisschen, wenn man so ein Online-Open-Book, Open-Web-Take-Home-Test-Prüfung-Examen-Assessment-Format, wie auch immer, entwickelt. Ja, so dass eben, naja, der durchschnittliche Student, Studentin in der Lage ist, diesen Test zu lösen, gerade wenn es so um Grundlagenwissen geht, Chat-GPT, aber trotzdem dabei nicht wahnsinnig gut und glücklich aussieht. Und genau das ist jetzt das, was ich in diesem Video testen möchte. Ob sich, tja, meine Vermutung, Erwartung, Prophezeiung erfüllt, dass Chat-GPT jetzt eben nicht so super gut ist in diesem Test und fast alle Fragen richtig hat. Also, Kamera wieder klein, fangen wir mal an. Ich nehme das Bild, klicke auf Grafik kopieren, füge das hier schon mal ein. Okay, und packe jetzt noch den Test-Text dazu, vielleicht hätte ich das so einfach mit Schaltung, mit Bild, gucken. Ne, das macht er so nicht. Folgende Frequenzabhängige Impedanz. So, jetzt muss ich die doch nochmal einzeln kopieren. Und füge die hier ein, da ist das Bild, da ist der Text, wie groß ist die in der Schaltung enthalten Induktivität. Und klicke mal auf Los. So, also da ist das Bild, da ist der Text. Chat-GPT fängt an zu analysieren und zu antworten und sagt, das Diagramm zeigt eine Impedanzkurve, die mit der Frequenz abnimmt. Okay, die Abhängigkeit von der, dass die Schaltung aus R und C besteht. Okay, das ist ein Hochpassfilter, könnte man so sagen. Oh, das ist ziemlich auch genau das, was ich in meinem von Hand Lösungsvideo erzählt habe. Und es sagt, wir haben 0 mHenry. Das ist richtig. Chat-GPT fängt schon mal stark an. Nächste Frage. Oh, gleiche Sache. Wie groß ist die in der Schaltung enthaltene Widerstand? Also, Chat-GPT kennt offensichtlich solche Abbildungen. Kann da ganz gut was draus ablesen. Aber wie gesagt, Bezahlvariante. Da tut sich auch so der kleine Digital Divide auf, welcher Student, welche Studentin kann sich das und möchte sich das leisten, dafür ungefähr 20 Euro im Monat zu berappen. So, und jetzt sagt das hier, also bei hohen Frequenzen wird die Impedanz der Kapazität vernachlässigbar und die gemessene nähert sich dem Wert des Widerstandes. Genau, und da kommen 100 Ohm raus. Stabilisiert sich auf 100 Ohm. Das ist auch richtig. Das weiß ich schon. Das stimmt. Okay. Oh, irgendwie ist die Fragenreihenfolge schlecht randomisiert. Eigentlich sollte ja auch mal was anderes kommen, aber so ist das manchmal mit der Randomisierung. Wie groß ist der Scheinwiderstand bei einer Frequenz von 9 Kilohertz? Kann man hier hinten gucken. Bei 7 Kilohertz, das ist ungefähr hier, das sind die 100 Ohm. Da sollten jetzt 100 Ohm rauskommen. Na, 100 Ohm liegt. Und es sagt 100 Ohm, die kopiere ich. Also bis jetzt ist JetGPT stark dabei, aber das ist auch die einfache Aufgabe, sage ich mal so. So, jetzt kommt ein neues Thema. Da mache ich mal einen neuen Prompt auf und sage, die folgende Zusammenschaltung wird gespeist und wie groß ist der Effektivwert des Stromes durch den Widerstand. Und jetzt kopiere ich die Grafik und füge die auch noch ein. Da ist sie hochgeladen und klicke auf Absenden. So, und hier steht ja jetzt mit Absicht nicht, was das für eine Zusammenschaltung ist, sondern hier steht eben einfach nur, es ist eine Zusammenschaltung. Aber es sind Werte von R und L gegeben. So, und der Effektivwert des Stromes durch den Widerstand in der gegebenen Schaltung ist gleich dem von der Stromquelle gelieferten Strom, da beide Bauteile der Widerstand und die Induktivität in Reihe geschaltet sind. So, und jetzt freue ich mich gerade zu diebisch, weil die sind nicht in Reihe geschaltet, sind sie nicht, die sind parallel. Guck mal, hier gibt es einen Knotenpunkt, da gibt es einen Knotenpunkt. Die sehen aus, wie wenn sie in Reihe sind, die sind aber nicht in Reihe. Also meine Hoffnung, ach so, und dann, ach so, ja, und hier steht 0,7 Ampere, 0,7 Ampere. Das ist jetzt hier wieder so ein LaTeX-Parse-Fehler. Eigentlich sollte hier kein Leerzeichen dazwischen sein, das ist sozusagen Übersetzung Englisch ins Deutsche. Also 0,7 ist falsch. Das sind weniger, man braucht eine Sturmteilerregel. Es ist eine Parallelschaltung. Okay, nächste Frage. Das ist ja gleiche Schaltung, gleiches Bild. Wie groß ist der Blindwiderstand, Reaktanz der komplexen Impedanz der Induktivität? Also einmal übernehmen und auf Antworten klicken. So, und es fängt an zu erzählen. Okay, zweimal Pi mal F ist Omega, Omega L. Setz diese Zahlenwerte ein. Ich denke, das sollte jetzt irgendwie funktionieren. 19,5 Ohm, da würde ich mal vermuten, dass das richtig ist. Das stimmt auch. Ja, also das ist jetzt wieder, wie ich so meine, das ist so Wikipedia-Wissen, dass da glänzt dann Chat-GPT immer noch irgendwie relativ gut. So, das ist jetzt eine neue Schaltung. Also das ist eigentlich die gleiche Schaltung, ist aber wieder ein bisschen anders gezeichnet. Deswegen mache ich mal einen neuen Chat auf und sage, die folgende Zusammenschaltung wird so und so gespeist. Und welchen Blindwiderstand muss ein Kondensator haben, damit das irgendwie passt und damit sich der Leistungsfaktor auf 1 erhöht, damit sozusagen die induktive Blindleistung komplett durch kapazitive Blindleistung kompensiert wird. Und ich klicke einfach mal auf lösen. So, und jetzt sagt er, wir müssen die induktive Reaktanz, warum induktiv hier groß geschrieben ist, ist eine gute Frage, bestimmen. Die Reaktanz der Spule ist das und das. Da kann man das wieder einsetzen. 19,5 Ohm, die hatten wir gerade schon mal. Das ist auch wieder so eine Chat-GPT-Nummer. Hier hinten steht eine Einheit dran. Hier zwischendurch fehlen überall die Einheiten. So richtig schön ist das nicht. So, dann sagt das, der kapazitive Blindwiderstand muss genauso groß sein wie der induktive. Nein, muss er nicht, weil wir haben ja hier eine Parallelschaltung. Da fließt durch die Induktivität nur ein Teilstrom. Durch die Kapazität fließt aber der Gesamtstrom. Also, wenn ich die Kapazität hier in den Zweig reinpacke, dann mag das vielleicht so sein. Aber die soll ich ja der Schaltung in Reihe schalten, nicht der Induktivität in Reihe schalten. Also, falscher Ansatz. Hier irrt Chat-GPT. Weiß nicht, warum das jetzt zweimal dasteht. 19,5 Okay. Ja, und was auch witzig ist, also in dem Prompt vorher hat es uns mit einem Komma-Wert geantwortet, mit einem Dezimal-Komma, jetzt antwortet es mit einem Punkt. Bei dem Punkt ist auch das Leerzeichen nicht da. Ja, also, ja, das ist falsch. Da sollte was Negatives und eben was Kleineres rauskommen. Betragsmäßig Kleineres. So, nächste Frage. Okay, hier ist wieder das. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich zudem, ich lade mal einfach die Seite neu. Ich will zu dem vorhandenen Prompt zurückkommen, den ich schon mal dafür hatte. Genau, von heute. Das war dieser erste hier. Wie groß ist die in der Schaltung enthaltene Kapazität? Bisher hat ja Chat-GPT diesen Fragentyp sehr richtig beantwortet. Oh, da würde ich vermuten, dass das jetzt auch funktioniert. In Error Accured. Ich klicke mal einfach auf Regenerieren, hoffe mal, dass sich das hier gleich wieder fängt. Und das macht es auch. Und sagt, wir haben hier genau diese Formel für die Impedanz, für die Reinschaltung. Und jetzt macht es eine sehr lange Antwort. Also, ja, bei... Wir können die Kapazität... Also, wir brauchen noch jetzt was bei tiefen Frequenzen. Er will jetzt irgendwie bei hohen Frequenzen das machen, lösen das nach C auf. Also, bei 1 Kilohertz hat ja die Kapazität kaum noch Einfluss. Also, ich muss einfach hier vorne gucken. Hier wirkt ja nahezu nur die Kapazität. Hier kann ich praktisch die Kapazität über die Impedanz direkt ablesen, wenn ich das bei 1000 Hertz mache. So, achso, bei 100 Hertz scheint die Impedanz etwa 1000 Ohm zu sein. Gucken wir mal, bei 100 Hertz, das ist hier 1000 Ohm. Nee, also 1000 Ohm sind hier oben bei 100 Hertz. Also, das liest hier die Werte falsch ab. Da kommt Quatsch raus. Das Mikroverrat sollte auch aufrecht geschrieben sein. Das ist falsch. Postuliere ich mal so. Ja, da kommt was Größeres bei raus. Okay. So, nächste Seite. Das ist wieder diese Aufgabe mit dieser Schaltung hier. Ich scrolle mal hoch. Wie groß muss der Scheinwiderstand sein oder bzw. der Betrag der komplexen Impedanz dieser Schaltung? Wie groß ist der? Ja, das ist eine Parallelschaltung, habe ich ja vorher mal ausgerechnet in dem Video oder gezeigt, wie man das ausrechnet. Und jetzt erzählst du was. Wir müssen die Formel verwenden. Die Formel gilt aber leider für eine Reihenschaltung. Das sieht vielleicht aus wie eine Reihenschaltung. Es ist aber keine Reihenschaltung. Deswegen ist das falsch. So, ich kopiere den Zahlenwert, füge den ein, klicke auf Prüfen. Das ist falsch. Es sind viel weniger, weil es eben eine Reihenschaltung ist. Sagt es uns ja irgendwie der ursprünglichen Schaltung. Ja, Serienschaltung. Ja, also es ist eben einfach keine Serienschaltung an der Stelle. So, nächste Frage. Das ist wieder die gleiche Schaltung rein prinzipiell, die gleichen Zahlenwerte. Aber die sieht wieder ein bisschen anders aus. Deswegen mache ich nochmal einen neuen Prompt auf und kopiere den Text. Und jetzt ist hier nach der umgesetzten Blindleistung gefragt. Und die Schaltung brauche ich auch noch. Grafik kopieren, füge hier ein. Warte, bis sie hochgeladen ist. Ich klicke auf Run. Und, uh, das ist jetzt interessant, um die Blindleistung einer Schaltung mit einem Widerstand R und einer Induktivität in Parallelschaltung zu berechnen. Ja, das ist eine Parallelschaltung. So, jetzt sagt es, wir brauchen Impedanz der Induktivität. Das ist die richtige Formel. Wir brauchen die Gesamtimpedanz im Sinne einer Parallelschaltung. Das ist auch die richtige Formel. Und dann können wir sagen, i² mal xs, x Gesamt, Immaginärteil von z Gesamt. Das passt auch. Hier stehen sogar mal Einheiten drin. Jetzt berechnet das hier was hin und her. Mal gucken. Lassen Sie uns diese Berechnung mit genauen Werten durchführen. So, also die 19,5, die hatten wir vorhin schon mal irgendwann. Die passen, ja. So, dann kommt da eben im Imaginärteil was Negatives raus und was Kleines. Oben hoch minus 1 sind Siemens. So, die in der Schaltung umgesetzte Blindleistung beträgt daher etwa 0,0. Tja, das ist falsch, ja. Also da bin ich mir sicher, dass das jetzt hier doch irgendwas verpuzzelt hat. Dies könnte... Und die Leistung... Ja, also genauere Analyse, weiß nicht, hätte man als Student wahrscheinlich auch keine Zeit und Lust, das zu machen in dieser Prüfungssituation. Also das x ist richtig. Die Gesamtimpedanz, ja. Also das ist eben... Ich sehe das Problem, der Imaginärteil der Gesamtimpedanz für die parallele Anordnung, das ist nicht die Impedanz, was es hier ausrechnet. Das ist die Admittanz, hat ja auch die Einheit Siemens. Und damit verbastelt es irgendwas, also es will hier oben in die Formel sozusagen y einsetzen, das muss aber z sein und das funktioniert einfach nicht. So, also hier irrt es. Das sollte auf jeden Fall falsch sein und das ist es auch. Okay, wir sind bei der zehnten Frage ungefähr bei einem Drittel angekommen. Das war jetzt, glaube ich, dieser Prompt mit dieser Schaltung hier, richtig? Genau. So, wie groß ist der Effektivwert der Spannung, die über der Schaltung abfällt? Da es ja hier bisher fälschlicherweise von einer Reihenschaltung ausgegangen ist, es nutzt ja auch wieder die Formel für die Reihenschaltung, für die Serienschaltung, sollte das Ergebnis für die Spannung jetzt auch falsch sein. Also es rechnet hier was, ne? V ist I mal Z. Warum es jetzt das Kreuz mal nutzt, das weiß auch kein Mensch. Wir würden ja auch eher ein U nehmen für die Spannung und kein V. Das ist so ein bisschen das amerikanische Formelzeichen hier. Und dann kommen da 37,5 Volt raus. Das ist mit Sicherheit falsch und ist es auch. Also kurzer Check. Bisher hat es ja etwas weniger als die Hälfte der Fragen richtig. Ich klicke auf die nächste Seite und wir haben wieder diese Schaltung. Das war, glaube ich, ne, das war auch nicht diese hier. Das war der Prompt, der neu dazugekommen ist. Der taucht irgendwie noch nicht in meiner Liste auf. Deswegen lade ich die Seite nochmal neu. Das war dieser hier. Ne, war es auch nicht. Dann muss es der mittlere sein. Dieser hier. Blind Leistung, Berechnung. Genau. So. Wie groß ist die in der Schaltung umgesetzte Wirkleistung? Also Blind Leistung hatten wir ja gerade. Die war falsch. So, jetzt sagt es. Wir müssen Widerstand, Induktivität, Parallelschaltung. Die Parallelschaltung hat es richtig erkannt. Wir müssen wieder Z-Gesamt ausrechnen. Und Realteil der Parallelschaltung. Für den parallelen Widerstand. Boah, es macht immer so ziemlich ausufernde Lösungswege, finde ich. So, 50 Ohm ist der Widerstand. 0,7. Also hier fehlt das Ampere in der Formel. Das Ohm steht drin, das Ampere fehlt. Und meines Erachtens macht es das jetzt hier trotzdem falsch. Weil es einfach so tut, wie wenn der ganze Strom durch den Widerstand fließt. Also das, denke ich, ist falsch, was hier rauskommt. Das sollten weniger sein, sind auch deutlich weniger. Ja. Hat funktioniert offensichtlich. So, dann packe ich mal einen neuen, lege ich mal einen neuen Prompt an und packe da wieder diesen Text rein. Von der Aufgabe nehme das Bild mit dazu von diesem, ja, unkonventionell und sehr ungewöhnlich gezeichneten Parallelschwingkreis. Es ist aber ein Parallelschwingkreis. Und also auch bei der Frage und Aufgabe freue ich mich gerade so liebisch darauf, mal zu prüfen, was jetzt die Antwort von JGBT ist. Ich würde jetzt vermuten, dass es hier irgendwas anfängt zu fabulieren und zu halluzinieren von, wir lassen es mal eine Stern-Dreieck-Transformation machen oder irgendwie Y-Delta-Transformation, sowas in dem Dreh. Weil das sieht mir sehr nach einer Sternenschaltung aus und sowas. Mal gucken. Also, vielleicht sagt es natürlich auch sofort, das ist ein Parallelschwingkreis, ganz klar. Aber schauen wir mal. Also, es überlegt und es sagt, um die relative Bandbreite zu bestimmen, brauchen wir die Resonanzfrequenz. Wir bestimmen die Bandbreite eines Serienschwingkreises und das ist leider falsch. Der falsche Ansatz ist kein Serienschwingkreis. Und dann rechnest du irgendwas hin und her. Und ich werde nun die Resonanzfrequenz berechnen. Ja, bitteschön, ich bitte mal darum. Also, die Resonanzfrequenz sagt, es sind 350 Hertz, die Bandbreite 36 und die relative Bandbreite ist 103. Also, eine relative Bandbreite von über 1 oder von irgendwie, das macht schon alles überhaupt gar keinen Sinn. Also, selbst wenn das jetzt ein reinen Schwingkreis wäre. Aber es ist ja auch kein Reinen Schwingkreis, deswegen macht dieser Wert auch keinen Fall Sinn. Was aber eine relativ geringe Selektivität der Schaltung hinweist. Ach so, und jetzt stelle ich fest, wenn ich hier auf Analyse klicke, okay, dann sehe ich auch wieder den Python-Code im Hintergrund, der hier generiert wurde. So, das ist falsch. Also, jetzt ist erstmal mein Zahlenwert falsch. Das ist fast viel, viel, viel kleiner aus. Okay. So, dann, tja, ist jetzt wieder das große Rätselraten. Welche Schaltung war das? Die war es nicht. Die war es, glaube ich. Wie groß ist die in der Schaltung umgesetzte Scheinleistung, ist jetzt die Frage. Man soll in Voltampere antworten. So, die setzt sich aus Blind- und Wirkleistung zusammen. P², Q² davon die Wurzel. Das ist schon mal richtig. Und jetzt hat es ja vorher Werte berechnet. Also, eine viel zu große Wirkleistung und eine viel zu große Blindleistung. Setzt das alles ein mit Einheiten. Und kommt eben auf 25,24,5. Das ist aber falsch. Das sollte auch weniger sein. Das hat ja diese Wirkleistung auch viel zu groß berechnet. Das ist auch weniger. Das ist falsch. Schade, schade Schokolade. So, jetzt brauchen wir noch einen neuen Prompt. Und packen hier den Text rein. Und packen den Rest des Textes rein. Und übernehmen mal dieses Bild. Grafik kopieren. Und hier ist nach dem Effektivwert gefragt. Und ich klicke mal auf Absenden. Und sage nebenbei, also für ein Effektivwert ist es eigentlich relevant, dass das hier wie so ein Sinus aussieht. Ich könnte mir die negativen Sachen hochklappen. Oder das Positive hier runter. Das macht dann beim Quadrieren keinen Unterschied. Und beim Mitteln. Und da kommt einfach Spitzenwert durch Wurzel 2 raus. Für den Effektivwert. So, und JetGPT. Also, wenn wir jetzt mal schauen. Das erzählt uns jetzt hier was. Wir müssen da integrieren. Also, rein prinzipiell, klar, könnte ich das so machen. Ich könnte von hier bis hier integrieren. Dann kann ich von hier bis hier integrieren. Von hier bis hier. Und den Rest nochmal. Dann hier ist ja eine Periodendauer. Also, vier Teile pro Periode. Ist auch sehr geil, dass es sagt, es besteht aus vier Teilen. Und dann listet es nur drei Teile auf. So. Da die Funktion symmetrisch und periodisch ist. Das ist schon mal gar keine so wahnsinnig schlaue Idee. Genau diese Symmetrie und Periodizität. Oder sagen wir mal. Die Symmetrie, die haben wir ja genutzt. Also, das sieht genauso aus wie das. Das sieht genauso aus wie das. Und beides sieht genauso aus wie das andere. So. Und jetzt sagt es eben. Da kommt. Also, ich habe es jetzt hier fast so ein bisschen zuvor. Früge Diss. Da kommt einfach ein Sinus raus. Und da kommen 101,1 Volt raus. Und das stimmt, sage ich mal so. Also, das ist dann doch stark. Also, es erzählt so ein bisschen. Können wir auch mal so und so machen. Und dann ist aber doch ein Sinus. Und da kommt das bei raus. Also, sie hat sich Chachipi wieder einen Punkt geholt. Dann sind wir wieder bei der Aufgabe hier mit der Impedanz. Mit dem Bildchen. Und ich frage mal weiter. Wie groß ist denn der Scheinwiderstand? Beziehungsweise der Betrag der komplexen Impedanz bei 5 Hertz. 5 Hertz wären 1, 2, 3, 4, 5. Das sollten ungefähr, hier sind 1.000, 2.000, 3.000, das sollen 3 Kilo Ohm sein. Müssten ungefähr 3 Kilo Ohm sein. So, und das versucht jetzt, Chachipi hier auszurechnen, indem es versucht, den Wert der Kapazität, den es vorher bestimmt hatte, aber leider falsch war, wieder rückwärtig in die Formel einzusetzen. So, es scheint ein technisches Problem zu geben. Also, ein technisches Problem heißt, ihm ist das Octave-Skript abgestürzt. Es scheint erneut ein technisches Problem zu geben. Ja, also ich glaube, mit den Werten, die er vorher hatte, kommt da einfach was. Das war ja eine, weiß nicht mehr, viel zu kleine Kapazität. Und dann kommt da natürlich was super. Sie können diese Berechnung selbst durchführen, indem sie, ja, der Wissenschaft, so, also jetzt können wir gucken, Omega bei 5 Hertz, C-Farad. Tja, also ich würde mal sagen, kann ich hier nichts eintippen, ne? Ähm, das ist, das ist nun gar nichts ausrechnet. Also, nochmal kurzer Blick auf die Formel. Warum kann ich das denn eigentlich nicht ausrechnen? Wir wissen, das ist das Problem. Ähm, also 1 durch 10 hoch 6. Kommt da so was Großes bei raus jetzt? Also, jetzt interessiert mich das mal kurz. Ich nehme mal, ähm, ich nehme mal Octave und rechne mal. Also 100 zum Quadrat plus, so 1 durch in Klammern, 2 mal Pi mal 5 mal 1.6 e hoch, e minus 6. So, Quadrat und Klammer zu für die Wurzel. Und dann kommen da, ähm, so und so viel oben raus. Das übernehme ich jetzt mal als Zahlenwert. Also, da verstehe ich eigentlich nicht, warum es das nicht ausrechnen kann. Berechnung des Scheinwiderstandes. Omega 5 Hertz mal C-Farad. Tja, verstehe ich nicht, warum der Python-Code nicht kompiliert. Gut, so, das packen wir jetzt hier rein. Ähm, ändern wir noch das Punkt in ein Komma. Das sollte aber falsch sein, ne? Also, das sind jetzt ja sowas wie 20 Kilo Ohm. Und bei 5 Hertz sind das eben 3 Kilo Ohm. Wie irgendwie bestimmt. Irgendwie sowas im Drehen. So. Ähm. So, jetzt habe ich schon, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was hier irgendwie richtig war. Na gut, müssen wir am Ende nochmal in die Auswertung schauen. So, jetzt ist die Frage, welches Bildchen ist das hier wieder? Jetzt legt die Seite nicht. Grafik neu laden. Ich glaube, das könnte diese gewesen sein. Die so ein bisschen länglich war. Wie groß ist der Phasenwinkel, das Argument der komplexen Impedanz der Schaltung? Frage ich hier mal in diesem Prompt weiter. Das sind ja auf jeden Fall hier genau diese Zahlenwerte. 50 Ohm, 66 Millihenri und so weiter. So, der Phasenwinkel der komplexen Impedanz kann man bestimmen aus Arcus Tangens von XL durch R. Jetzt setzt er das da alles ein und will das ausrechnen. Das Problem ist aber, die Formel, so wie sie da steht, gilt für eine Reinschaltung. Und wir haben ja keine Reinschaltung, sondern wir haben eine Parallelschaltung. Und deswegen wird dieser Zahlenwert so ungefähr stimmen, aber eben nicht so richtig korrekt. Also die Impedanz, ja, irgendwie habe ich jetzt die 15. Frage übersprungen, die müssen wir uns nachher mal anschauen. Also da kommt ein anderer Zahlenwinkel raus. So, nächste Seite hier ist wieder diese Mittelwert-Effektivwert-Frage. Und die habe ich hier, glaube ich, die taucht noch nicht wieder in meiner Prompt-Liste auf. Da muss ich wieder einmal die Seite neu laden. Das ist irgendwie auch ein bisschen komisch von der Usability her. Effektivwert einer Spannung. Das müsste jetzt genau der Prompt hier sein. Und ich frage mal, wie groß ist der Mittelwert? Und der Mittelwert sollte 0 sein. Mal schauen. Da erzählt es uns jetzt erstmal, wie man das berechnen kann. Dann der Mittelwert durchschnittliche Höhe der Spannung über der Zeit. Wenn die symmetrisch um 0 oszilliert, wird der Mittelwert für eine vollständige Periode 0 sein. So, und der ist auch 0. U-Mitte ist 0. Genau, 0 Volt. Das ist auch die richtige Antwort. Hier holt sich ChatGPT wieder einen Punkt. Wie gesagt, Frage 15 sehen wir am Ende. Da war aber, glaube ich, falsch. So, dann haben wir hier wieder diese Schaltung. Jetzt muss ich mal wieder raten. Das war diese hier, genau. Wie groß ist der Phasenwinkel der komplexen Admittanz? Die aus einem Widerstand und einer Induktivität besteht. Und, tja, sagst genau das Gleiche. Jetzt muss ich nochmal kurz vorstreuen. Also, der komplexen Admittanz, die aus einem Widerstand kann, durchbeziehungsweise... Okay, wir nehmen erstmal die Formel für die Impedanz. So, die Formel ist rein prinzipiell für die Impedanz richtig, wenn ich eine Reihenschaltung hätte. Haben wir aber nicht. So, und jetzt berechnet es den. Jetzt sollten da irgendwie das und das rauskommen. Das ist der, wobei die Spannung dem Strom voreilt. Klar, an Induktivitäten Ströme sich verspäten. Das ist prinzipiell richtig. Aber normalerweise... Okay, es scheint wieder... Es gibt wieder ein technisches Problem. Und jetzt berechnet das aber irgendwie trotzdem. Also, technisches Problem. Ich habe ja irgendwie fast das Gefühl, dass in Ihrem Hintergrund Ihre Python-Umgebung abgestürzt ist, weil das sollte ja funktionieren. Also, der Code sieht richtig aus. So, was auf jeden Fall falsch ist an der Stelle, hier sollte ein negativer Wert rauskommen. Eine Admittanz, eine induktive Entschaltung hat einen negativen Imaginärteil, einen negativen Phasenwinkel. Also, der Zahlenwert stimmt nicht und es sollte negativ sein. Okay, nächste Seite. Wir haben wieder diese Parallelschwingkreis-Geschichte. Das war, glaube ich, relative Bandbreite hier. Und wir fragen, wie groß ist die absolute Bandbreite dieser Schaltung in Hertz. Und es erzählt uns was und sagt, das sind 36,5. So, und das... Na ja, größenordnungsmäßig könnte das stimmen. Ich glaube, der Zahlenwert ist aber trotzdem falsch, weil das mit den Werten für den Einschwingkreis berechnet ist. Aber keine Ahnung. Vielleicht ist es doch richtig. Nein, ist es leider nicht. So, wir sind bei zwei Drittel angekommen. 20. Frage. Das sollte wieder dieser Prompt hier sein mit eben genau diesem Bildchen. Genau sieht es aus. Oh, und jetzt bin ich mal gespannt. Also, gesucht ist die duale Schaltung. Die Schaltung, die sich hinter diesem Drehagramm ergibt und verbirgt, die hat es ja eigentlich richtig erkannt. Ja, es hat ja mal gesagt, das ist R und C in Reihe. Die duale Schaltung wäre eben ein Leitwert und eine Induktivität in Parallelschaltung. Und jetzt versucht es ja auch was auszurechnen. Der Leitwert in der dualen Schaltung. 0,2 Siemens. Tja, das ist vermutlich falsch. Der Ansatz hier erscheint mir auch nicht irgendwie so richtig. Ja, es sind 200 Siemens. Also, ich glaube, es rechnet hier einfach irgendwie direkt aus der Impedanz eine Admittanz aus und sagt, in der Admittanz steckt irgendwie dieser Leitwert drin. Das funktioniert einfach nicht so richtig. So, jetzt ist wieder die nächste Parallelschaltungsfrage. Da muss ich mal den passenden Prompt finden. Das ist auch nicht dieser hier. Dann ist es vielleicht dieser hier. Blindwiderstand für Leistungsfaktor. Das ist die richtige Schaltung. So, okay. Wie groß muss ein in Reihe der Schaltung in Reihe zu schalten noch Kondensator sein, damit das funktioniert? Ich kopiere das, füge das hier ein. Und man soll den Mikrofahrrad angeben. Und jetzt muss ich wieder überlegen, was hier passiert ist. Also, hier hat es ja irgendwie auch bisher immer so getan, wie wenn es eine Reihenschaltung ist. Es ist aber eine Parallelschaltung. Damit wird es hier vermutlich auch wieder irre. Also, es sagt, um den Leistungsfaktor auf 1 zu erhöhen, muss ein Kondensator in Reihe geschaltet werden, wo die kapazitive Reaktanz der induktiven Reaktanz entgegengesetzt wird. Und das hat er vorher schon mal bestimmt. Das war schon ein falscher Ansatz. Wenn es den falschen Ansatz nach C umstellt, hier fehlen wieder die Einheiten, kommt da größenordnungsmäßig was nicht Unplausibles raus. Aber der eigentliche Kondensator müsste kleiner sein, weil durch die Induktivität fließt ja gar nicht der gesamte Strom. So viel induktive Blindleistung gibt es gar nicht zu kompensieren. So, und jetzt sagt er aber trotzdem, der muss größer sein. Naja, gut, weiß ich nicht, dann kann ich auch, was es hier gerechnet hat. Es ist auf jeden Fall falsch. So viel können wir mal festhalten. So, dann war das jetzt, glaube ich, diese Schaltung, wenn ich mir jetzt endlich mal richtig gemerkt habe, ja, die lädt hier nicht, aber das war diese hohe. Wie groß ist der Effektivwert des Stromes durch die Induktivität? Ich vermute, dass es jetzt sagt, das ist ja Gesamtstrom, weil die sind ja in Reihe geschaltet. Genau, es sagt, in Reihe fließt der gleiche Strom durch beide. 0,7 Ampere von der Quelle sind das auch 0,7 Ampere durch die Induktivität. Und das ist leider falsch. Denn, wenn man da scharf drauf schaut, ist das eine Parallelschaltung. Strom teilt sich auf. Es gibt eine Stromteilerregel. So, hier erwarte ich jetzt, dass das richtig beantwortet wird. Denn der Effektivwert wurde ja richtig ausgerechnet, wenn man den Effektivwert kennt, U² durch R. Kein Hit, das weiter auszurechnen. Ja, genau, die Formel nutzt es jetzt auch. U² durch R setzt die 101 Volt ein. 18 Ohm kommen da ein paar 100 Volt raus. Und den Zahlenwert übernehme ich. Kippe ich auf Prüfen. Das ist richtig. Das passt. Okay, nächste Seite ist wieder einer von diesen Prompts. Das war, glaube ich, der hier. Genau, da haben wir diese Schaltung. Wie groß ist der Leistungsfaktor dieser Schaltung? So, und hier hat es ja, glaube ich, das war die einzige Variante, wo es erkannt hatte, dass das eigentlich eine Parallelschaltung ist. Oh, jetzt sagt es Leistungsfaktor Lambda. Also kann man die natürlich auch nennen. So, P durch S. Aber P hat es vorher falsch ausgerechnet. S hat es vorher falsch ausgerechnet. Dann wird das auch so sein. Es wird jetzt hier einen super guten Leistungsfaktor von Prinzip 1 ausrechnen. Und der ist aber falsch. Ja, nahezu vollständig effizient. Fast keine Blindleistung. Fast rein resistive Last. Das ist leider ein Irrglaube an der Stelle. Und so sieht es auch aus. Also der ist in Wirklichkeit viel, viel, viel kleiner. So, und dann gibt es wieder eine Frage zu dem Parallelresonanzkreis. Das war der Punkt. Wie groß ist die Resonanzkreisfrequenz dieser Schaltung? Da wird es sicherlich relativ schnell darauf antworten. Denn das wurde hier vorher auch schon mal ausgerechnet. 1 durch LC. Und das könnte auch stimmen, weil das ist jetzt egal, ob ich das für einen Reihenschwingkreis oder einen Parallelschwingkreis mache. und es analysiert, es analysiert. Es dauert schon noch verdächtigt lange. Wahrscheinlich sagt es gleich wieder, wir haben einen kleinen technischen Fehler. Nein. Jetzt rechne ich das aus. Also hier würde ich vermuten, das stimmt. Und das passt auch. Ja, ähm, also vielleicht müsste man aus zukünftigen Tests diese Frage, wo es egal ist, ob es einen Reihenparallelschwingkreis ist, rausnehmen, aber egal. Wie groß ist die Güte der Schaltung? So, hier vermute ich wieder, dass es daneben liegt, ähm, weil Güte hat es, oder relative Bandbreite hat es ja vorher schon mal ausgerechnet. Ähm, Omega 0 mal L durch R, das ist wieder, hier steht schon da Serienschwingkreis. Das ist der falsche Ansatz, die falsche Formel. Dieser sehr, sehr, sehr niedrige Wert, ja, das ist komplett absurd. Ähm, das wäre nicht ansatzweise ein Schwingkreis, den man hier hat. Da klicke ich mal auf Prüfen. Das ist auf jeden Fall falsch. So, also es hat letztendlich im Prinzip genauso was wie das Reziproke von dem da ausgerechnet, ne, wenn man vorher auf den Wert geguckt hat. So, wir sind fast am Ende bei der 27. Frage. Das ist wieder dieser Prompt mit genau diesem Diagramm, was jetzt hier wieder nicht lädt. und es ist wieder nach einer dualen Schaltungsvariante gefragt und eben gefragt, wie groß ist die Induktivität in dieser dualen Schaltung in Milli-Henry. Naja, und es nimmt wieder dieses Y war alles zweimal Z. Okay, dann sagt es Y ist 1 durch 100 Ohm, was eben nicht so richtig passt. Versucht das jetzt irgendwie nach Omega L aufzulösen und, ähm, führt dann eine Berechnung durch, wo, ja, wieder manchmal Einheiten drinstehen und manchmal Einheiten nicht drinstehen. Das geht wieder alles ziemlich wild und konfus durcheinander. Ähm, und es gibt irgendwie immer technische Probleme bei der Berechnung. Setzen Sie, hm, Wenn Sie Zugang zu einem Taschenrechner oder einem Rechner nicht haben, können Sie diese einfache Division und Multiplikation selbst durchführen. Ich bin zwar ein teuer bezahltes, äh, Large Language Model mit, was weiß ich, was allem, aber, na gut, machen wir das mal. Komm, wir helfen mal. 0,02 durch 2000 durch Pi und das mal 1000 Milli-Henry. Für 1000 Milli-Henry könnte man natürlich auch einfach einen Henry schreiben oder es einfach weglassen. So, und dann kommen da 3 mal 10 hoch minus 6 raus. Wenn ich das jetzt nehme und nochmal mal 1E3 rechne, dann sollten da ja Milli-Henry rauskommen. Und das füge ich hier mal ein in der Erwartung, dass das aber auch, ähm, vermutlich falsch ist. Und das ist auch so, ja, also da kommen irgendwann, größenordnungsmäßig ist das gar nicht mal so weit weg. Aber Zahlenwert ist trotzdem falsch. Dann sind wir bei der vorvorletzten Frage, das ist wieder dieser Prompt, wie groß ist die absolute Bandbreite der Schaltung in 1 durch Siemens angegeben, also B-Omega bezogen auf eine Kreisfrequenz. In Radiant pro Sekunde kann direkt aus der Formel da berechnet werden. 2 mal Pi mal Delta F. Das ist prinzipiell richtig. Da hat er schon mal vorher um was ausgerechnet. 229,4 Radiant pro Sekunde. Ich glaube, das ist aber zu viel. Also, der Wert vorher war schon falsch. Liegt auch wieder um eine Zehnerpotenz daneben. Und jetzt ist noch gefragt, wie groß ist die Resonanzfrequenz dieser Schaltung. Auch da erwarte ich jetzt kein richtiges Ergebnis, denn vorher waren die ganzen Sachen ja auch immer falsch und passen nicht, weil hier eben die falsche Struktur erkannt wurde. Aber ich meine, was schon spannend ist und interessant ist, dass eben JGP jetzt irgendwie nicht gesagt hat, ich erkenne hier ganz unbedingt eine Dreieckschaltung drin. Ich will jetzt hier ganz zwanghaft eine Dreiecksstern-Transformation oder sowas machen, was überhaupt nicht hilfreich wäre. Und ich meine, es weist uns immer freundlich darauf hin, dass es das schon berechnet hat für uns. Das ist auch gar nicht so schlecht. So, und das ist jetzt interessant. Hatten wir bereits als 500. Das ist der Wert in Hertz. Also, die Resonanzfrequenz hat das, das stimmt auf einmal. Wo hat es das schon mal berechnet? Das ist ja verrückt. Ach so, ja, okay. Klar, für Resonanzkreisfrequenz und Resonanzfrequenz ist es ja egal, ob das ein Reihen- oder Parallelschminkreis ist. Dann stimmt dieser Wert natürlich. So, und damit kommen wir zur letzten Frage. Das war, glaube ich, dieser Prompt hier mit der entsprechenden Schaltung, die so hochkant war. Sieht man gerade nicht. Wie groß ist der Scheinleitwert? Also, der Betrag der komplexen Admittanz dieser Parallelschaltung. Und auch hier erwarte ich jetzt kein wahnsinnig richtiges Ergebnis. There was a problem preparing your chat. Please refresh the page and try again. Okay, let's try again. And let's enter the Prompt once again. Und mal schauen, was passiert. Okay, jetzt passiert immerhin was. Ist der Kerrwert der komplexen Impedanz? Das ist richtig. Die Admittanz gibt an, wie leicht ein Strom durch die Schaltung fließen kann. Wir rechnen 1 durch Z. Vorher haben wir Z falsch berechnet. Dann ist natürlich das Y auch falsch. Das ist sozusagen so ein bisschen die Folgefehlerproblematik. Und dann kommt da 0,01 irgendwas Siemens raus. Das kopiere ich mal hier rüber. Ja, also größenordnungsmäßig stimmt das. Aber zahlenwertmäßig ist das trotzdem eben falsch. Ja, da kommt was Größeres bei raus, weil vorher der Widerstand, die Impedanz der Schaltung ja kleiner war in einer Parallelschaltung als in einer Reihenschaltung. So, und damit klicke ich mal auf Versuch abschließen. Also kurzer Blick vorher hier auf das Ergebnis. So richtig gut sieht das für ChatGPT nicht aus. Ich klicke mal auf Versuch abschließen. So, jetzt müssen wir noch mal gucken, was bei der Frage 15 irgendwie ist, die unvollständig gewertet worden. Aber zu der kann ich, glaube ich, auch nicht zurückgehen. Oder, weiß nicht, vielleicht wird sie jetzt beim Abgeben eben ausgewertet. Also, zusammengefasst, ChatGPT, ungefähr ein Drittel der Fragen richtig, ja, 9 von 30. Wäre damit, ChatGPT wäre damit aber wieder trotzdem besser gewesen als der Schnitt unserer Studierenden. Die haben nämlich in Anführungszeichen nur 7, irgendwas Punkte erreicht. Das ist schon, ähm, tja, bitter will ich nicht sagen, aber das ist auch schon wieder sozusagen so ein bisschen bedenklich. Ich glaube, dass die Studien aber auch schon in vielen Fällen sehr viele Punkte für die Prüfungszulassung zusammen hatten. Und wie der schöne Spruch so sagt, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Also, ich glaube, ähm, einige, die mit in diese Statistik reingezählt haben, haben sich relativ unambitioniert da durchgeklickt. So, und hier war eben, das war diese Frage 15, die ich, wo ich nicht auf Prüfen geklickt habe, ne, da kam diese, was ChatGPT ja auch nicht ausgerechnet hat, diese ziemlich große, ähm, viel zu große Impedanz dort raus, von 20, äh, Kilohertz, die ist irgendwie auch, wo der Python-Code nicht lief und das waren eben, ja, die, ähm, also 20 Kiloohm und da kam eben 3 Kiloohm raus, ne, bei 5 Hertz, was, 2, 3, 4, 5, da landen wir auf dieser Linie, das sind hier 3, 2, 1, 3 Kiloohm, ein bisschen mehr als 3 Kiloohm, das kommt hier raus. Okay, also zusammengefasst, naja, so ein aus studentischer Sicht durchschnittliches, wenn das jetzt wirklich eine Prüfung wäre, eher unterdurchschnittliches Ergebnis mit 30% richtigen Antworten würde man im Normalfall keine universitäre Prüfung bestehen und es geht jetzt hier nicht um super abgefahrenen heißen Scheißen, irgendwelche Masterfächern, sondern es geht um Grundlagen der Elektrotechnik und das Einzige, was ich jetzt hier gemacht habe, um ChatGPT zu verwirren an der Stelle ist, ich habe ungewöhnliche Schaltbilder gezeichnet, die eben nicht so richtig zum Trainingsmaterial passen.